so hallo wir machen weiter beim super mario maker 2 immer noch mit neuer war aufnahme variante ich kann kurz hoch ach so weil ich jetzt voll habe okay verstanden das heißt es ist gar nicht so schlimm dass ich das eine da verpasst habe ja gut auch interessant aber kann aber gibt es dann überhaupt noch irgendwas für die stempel kann es ist das ist erst mal eine belohnung gehört ach so ach so oder habe ich den stempel sogar bekommen weil ich dann doch noch mal gespielt habe muss man es nur irgendwann spielen also habe ich bisher alle 1 2 3 4 sehen das heißt ich muss es gar nicht ich muss es doch grundsätzlich irgendwann mal spielen weil das hier dieses piranha pflanzen ding das habe ich ja später gespielt das ist okay das ist gut zu wissen dann muss ich mich nie wenn ich das richtig verstanden habe muss ich mich nie großartig hetzen so was warum bin ich jetzt hier hier ist nichts neues habe ich irgendwas bin ich gerade gedanklich irgendwie abgebogen falsch ich bin gedanklich gerade komplett falsch abgebogen ich ist keine ahnung ich weiß gerade nicht was ich wollte aber es ist egal wir wir aktualisieren hier einfach und let's go was was hier was hier wo wir stehen geblieben sind machen einfach da weiter richtig dieses level dieses level das war was wo wir stimmen wo ja das war das mit dem schreck ich erinnere mich die mit dem erschrecken am schluss muss noch mal kurz sagen die die datei war jetzt ein gigabyte groß also die 20 minuten ein gigabyte das geht eigentlich klar das kann man anbieten das ist okay also es ist nicht viel größer als sonst das passt so kommst du her da kommst du her aber das ist das war nicht so schlau der muss einfach bis runter kommen bis ganz runter sonst haut da gar nichts hin die idee von dem level ist schon ziemlich cool du musst ganz runter kommen hat das jetzt jetzt hat das so komm hier hoch machst du hier kaputt bitteschön dankeschön jetzt gehen wir jetzt haben wir es jetzt haben wir es besser als letztes mal da hat man hier das problem dass wir hier nicht bist gleich quatsch jetzt wird er mich wieder durchschubt jaja dann tat na klar aber diesmal weiß ich dass der skewer kommt problem ist nur ich werde jetzt sicherlich noch mal brauchen da war doch auch noch gerade oder er war da nicht nein 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 ja sehr gut schiebt das wächst ja sehr schön da kommt einer her nein oh jetzt oh jetzt wird es kritisch hier muss ich wahrscheinlich wieder selber rein der muss erst mal da durchziehen was immer da kommt ich weiß es nicht als cure na klar das problem ist halt echt das jetzt als mario zu lösen aber es wäre schon bild wenn es geht nein ärgerlich sollen wir es nochmal angehen nein komm wir lassen das level wir haben genug von dem level gesehen das geht zwei minuten 14 das ist schon ein ganzes stück spielen wir lieber okay kommt das jetzt in seiner welt vor oder weil mittlerweile hat er eine welt wie ich sehe also die kann auf jeden fall bald mal angehen die welt von airmail aber ist das jetzt ein level level welt level oder 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 nicht also es ist auf jeden fall kurz wir können es kurz spielen er hat halt so viele level die ich gerne mal spielen würde weil der echt coole level baut aber an sich dachte ich die die kommen in seiner welt dann irgendwann vor aber da ist es auch keine speziellen welt namen bekommen hat gehe ich mal gar nicht davon aus dass das jetzt oh nein was mache ich denn bin ich da unten und komme nicht raus vielleicht spielen wir das level einfach ganz normal was haltet ihr davon das scheint nämlich ganz normal spielbares level zu sein ja das sieht doch gut aus ich habe den checkpoint nicht ausgelöst ich bin dumm uff 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 hat sich aber oha ok nehme ich mit hat sich bewährt den checkpoint nicht mit zu nehmen sonst hätten wir den rekord nicht gehabt aber es ist nicht so dass ich den unbedingt wollte ok isbo aber schon gespielt die von sonne die sind die level devory blastblocks skyway difficult 4 von 5 das wird nix das wird nix aber wir gucken es uns mal an Wow, die braucht ihr bestimmt noch. Genau falsch rum. Aber ich meine, wenn es Checkpoints gibt, wir können ja mal gucken, wie weit wir kommen, ne? Den Sprung schafft man ja auch am Stück. Das haut hin. Ja, oder so. Da war ich zu ungeduldig. Sorry. So, hier waren wir noch nicht. Ah, toll. Ich habe mehr auf einen Pilz gehofft. Also, nein. Das war dumm. Ah, komm, Checkpoint. Checkpoint. Komm, yes. Perfekt. Was will ich denn mehr? Dann haben wir den Hit ja genau richtig gesetzt. Tschüss. Okay, also die vier von fünf Difficulty fühle ich noch nicht, aber das wird bestimmt noch. Nice. Sehr nice. Scheiße. Ui. Scheiße. Ah, ich will dort leben. Checkpoint. Yes. Jetzt wird es wohl schwieriger. Okay. Das muss ich besser timen. Gut, dass da ein Checkpoint war. Ah, verstanden. Ja, 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 ja. Okay. Oh, nein. Der kommt nicht wieder. Ja. Und das ist... Das war's. Wir schaffen das Level. Ja, easy. Ja, easy. Ja, easy. Okay, also bei Devoris sind vier Sterne nicht schlimm. Kann man sicher mal merken. Warum geht's jetzt hier hoch? Ach, weil da noch... Weil da noch ein Ding ist. Alles klar. Ja, cool. Schönes Level. Schönes Level. Schönes Level. So. Billie Eilish, Bad Guy. Eilish, nicht Eilish. I'm sorry. The Song was so good that I made it. Ich weiß gerade nicht mal, welches Lied das ist. Habe ich wieder Kultur verpasst? Vielleicht erkenne ich es auch gleich. Ich weiß gerade nicht. Okay. Volle Sprünge. Volle Sprünge. Sonst wird's nix. Okay. Okay. Alter. Ich hab nichts erkannt. Aber es war ein cooles Level. Ich kenn das Lied, glaube ich, einfach nicht. Ich glaube, ich kenn das Lied nicht. Keine Ahnung. Aber sehr cooles Level. Roy's Twisted Molehole. Watch their Mole-Mentum. Will ich gar nicht. Wir gucken rein. Wir gucken einmal rein. Okay, er scrollt schon mal nicht. Ich hatte irgendwie befürchtet, dass er scrollen wird. Ah, ich hab's ja verstanden. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Glaub ich hab das Gimmick verstanden. Oh, nein. So, tschüss. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Es geht weiter. Oh, nein. Es geht damit weiter. Oh, ey. Das war so dumm. Ob der nochmal? Ja, okay. Lass mich da raus. Nein. Oh. Wait. Wie krieg ich denn... Hä? Wie geht das denn jetzt wieder? So, das hier ist easy. So. Hier raus kommen ist auch noch easy, aber dann... Ach, da ist noch... Oh, nein. Einer. Ich löse den aus und dann... Ja, lässt er den da stehen. Oha. Das war nicht, was ich wollte. Ich wollte da hoch. Nämlich bitte einfach mit, danke. Oh, Gott. Oh je. Okay. Jetzt habe ich die Schuhe ausgelöst. Oh. Nein. Oh, okay. Wir haben genug von dem Level gesehen. Wir haben verstanden, was es von uns will. Und wir haben verstanden, dass wir das nicht wollen. Marcy, Pipewaterworks. Let's go. Bip, 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 Bip. Uh, wo gehe ich denn hin? Oh, da... Ja, da habe ich wohl ein Secret verpasst. Mal gucken, ob wir sehen könnten, was es war. Vielleicht sind da oben Münzen oder so. Man weiß es nicht so genau. Okay. Ah, wir können es aber gleich wieder erfahren. Nein, da sind mehr als Münzen. Das ist ein ganzer Bonusabschnitt. Okay. Hui. 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 Oha. Oha. Bitte, Sterbemöglichkeit. Oh. Nein. Okay, wir lassen das Leben, wo es ist. Wir lassen das Leben am Leben. Okay. Aber man muss ja alles erkunden. Sehr schön. So, da ist bestimmt ein Pilz drin. Den hätte ich gerne. Soviel dazu. Hier ist bestimmt ein Pilz drin. Den hätte ich gerne. Okay. Ich kriege keinen Pilz. Ich habe es verstanden. Oha. Hier ist bestimmt ein Pilz drin. Oh, nice. Das funktioniert. Dich nehme ich mit. Dann ist das Schwimmen schöner. Du musst nur aufpassen, wann du raus willst. Jetzt willst du raus. Oh, hier geht es nicht weiter. Ah. Oh. Ach, jetzt kann ich hier rein. Nee. Nee. Gott sei Dank, jetzt kann ich hier, aber kann ich auch nicht. Jo, was ist mit euch kaputt? Oha, Alter. Okay. Die haben einfach Bock. War hier noch ein Alternativweg? War ich hier noch ein Alternativweg? Irgendwo? Das war nicht das, was ich gerne hätte. Nee. Hä? Wait, wo will ich hin? Geht's wieder zurück? Ach so, komplett raus. Hier draußen ging's weiter. Ja. Hier ging's weiter. Oh Gott, ich muss aber echt aufpassen, dass ich hier nicht draufgehe. Mist. Okay, aber jetzt kennen wir den Weg. Ah, ist jetzt hier vielleicht ein Progressive Power drin? Ja. Das ist genau, was ich suche. Oh Mist. Den hab ich nicht gesehen. Aber jetzt vielleicht besser so, weil den Frosch draußen möchte ich jetzt auch nicht haben. Na, hier jetzt mit Frosch ist auch nicht so cool. Aber du hast bestimmt ein weiteres Progressive Power für mich. Oh, schade. Du hast ein Progressive Power, okay. Ich krieg kein weiteres Power. Hä? Ich kann da nicht rein. Oh. Da kommt dafür was raus. Oh Gott. Oh, warum muss ich jetzt klein sein? Okay, wo wollen wir damit hin? Okay, ach, hier hin. Oh, Checkpoint. Genau richtig. Nice. Was hast du für mich? Nix. Okay. Oh, da kommt das Ziel. Okay. Habe ich dann da vorne was verpasst? Egal. Egal. Ich denke nichts Relevantes. Sehr schön. Okay. Haben wir noch ein kurzes? Ansonsten schließe ich den Part ab. Hat man schon. Ja, das klingt doch kurz. I choose songs that I heard a lot from Super Mario Maker 2. Game Music Kaizo. Auf geht's. Ich habe eigentlich den Sprungknopf gedrückt. Aber vielleicht wollte das Spiel das nicht so sehr zu sehen. Wie ich. Ach, ich soll da nicht hin. Ja, okay. Okay. Hilfe. Passt das jetzt noch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, hi. Ah, hi. Okay. Kriege ich den Checkpoint? Dankeschön. Ja, jetzt geht's aber ab hier. Ja, jetzt geht's aber ab hier. Nice. Das war cool. Das zweite Lied habe ich erkannt. Wie kann man das auch nicht erkennen, ne? So, haben wir noch ein kurzes? Sonst würde ich den Part abschließen. Das wird nicht kurz sein. Nein, das ist nicht kurz. Und dann ist das perfekt für den nächsten Part. Der dann aber erstmal wieder in einer anderen Aufnahme stattfindet. Jetzt hier erstmal wieder Schluss. Danke fürs Zuschauen und Tschüss.